ja willkommen mein name ist an die rolle p und ich besuche euch zurück zu let's play tales of crisis in der letzten folge haben wir viel gemacht wir müssen zum ellipforschungslabor genau wir haben ein paar monster in in jetzt habe ich den namen vergessen infodra telos estu haben wir erledigt und wir haben herausgefunden wo die ursache herkommen könnte und zwar im ellipforschungslabor so ich habe wieder eine monster training sein hat man sehen die level meiner charaktere ja vor großen hätten und da sollte man vielleicht ein bisschen auf eingehen ich habe fast alle titel gemeistert jeden fall ich habe mich nur mit den titeln befasst und die anderen die schon auf 5 waren und so und sehr viel ist nicht mehr übrig ich habe jetzt auch jeder art mit jenen charakter irgendwie wird hat ich habe eigentlich schon im letzten part schon alle aber außer richard der bau wie ich sage schon mal die heroiden habe ich gedacht war scheiße drauf du sie auch noch lernen auf screen vielleicht schon irgendwann zeigen und ja warum bin ich im weller nick ja ich habe vor gehabt jetzt ein paar nebenquests hier noch zu machen bzw gespräche auszulesen und so weil ich bin ein bisschen durch die gegend gekommen und habe voll viele gesprächs optionen und so wir sehen die man auslesen könnte und die vielleicht zu einem anderen quest führen könnte warum gehe ich überhaupt hier ende warte mal genau hier gibt es auch noch irgendwas und deswegen ja gehe ich mal aber legt weil da habe ich eine quiz gesehen so ich gehe es mal hier hin und habe hier die freigeschaltet die magische katana 47 jade curtis katar bezeihung ich vergaß dass der junge herr hier der größte troll im video spiel history ganz ehrlich den software bis durch einziehen der größte troll aller zeiten jade curtis schlimmste was passieren könnte ist dass wir alle sterben okay soll ich von eigentlich hier rein ich weiß jetzt auch nicht mein unterbewusstsein ist wahrscheinlich zu jades katar gegangen deswegen ja so hier habe ich entdeckt was müssen wir hier machen und ich glaube wir sprechen wollen und es geht also time flies your man now in all but name you promised to buy me your favorite cocktail when i'm older did i now it's been a long time since i really enjoyed a stiff drink i used to drink to forget my troubles but now just brings back if i only been honest with myself about my feelings she might still be alive captain oh sorry my heart gets a little weak when i drink time for samir i've been looking for you malik wait you're you are malik caesar correct special attache to the chancellor let me get straight to the point my name is ulicia and we need your help but i don't do what is this what kind of help i cannot say more here if you are willing to listen come to the location indicated on this paper okay i have a message for you if you refuse us the lilac petals will fall a second time what is that supposed to mean no idea i was simply asked to relay the message this sounds like revolutionary business my days are bringing about change through force who passed me by find someone else very well i'll pass your answer on okay captain did you know that woman she looks like a woman who died a long time ago severed plaza is it if you have to use the lilac petals will fall a second time was hat das so bedeuten gehen wir erstmal zum schweichpunkt weil da man es geht hat weiß ich führungskrise this town seems brighter and more energetic than the last time we were here the whole country has grown a bit richer thanks to pascal's hot water distribution system it doesn't appear the water has arrived here yet right they're scheduled to begin installing the pipes at this location soon it pains me to say this in your presence malik but i fear chancellor eigen's government may not hold for much longer the invasions of lot the experiments on forberneer his dictatorial ways and short-term political calculations have pushed this country into a corner it's holding on for now but i truly worry for the future of fendal i find it difficult to foresee what's up ahead i have taken responsibility to see this development plan through no matter what happens to the government i assure you my associates and i will turn things around in fendal for anyone but you captain malik i'd have my doubts but you've already done fantastic work with the hot water system your highness is most kind um you guys haven't forgotten about pascal by any chance i think we just did oh my god we are just we are just fully trolls geworden in the future zukunft sagt so ich will jetzt mal hier hier gibt es irgendwie so manuskripte immer die mann nehmen kann oder wenn eigentlich da hier du mir einfach mal so einstecken weil ich komme halt so nix off screen obwohl ich nur wie ein bekloppt trainieren bin so sollen wir dann direkt dahin gehen ja juli werte quatsch zerwertung mein gott in der plaza da jetzt wäre ein stern so aber ich möchte gucken ob hier wieder ein skips überall wo ich wobei gelaufen sind in london uns geht dabei sich und hier ist kein skipper okay gucken wir mal dann gucken wir mal was hier passiert weil mich sogar zu erinnern gliederblütenpfeil erneut 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 Der Kanzler ist gekommen, um seine Leute zu besuchen! Verdammt! Kapitän! Warum hast du... Was bedeutet dieses Malik? Was? Sie ist... Diese Frau ist Ulysia. Eine der wenigen Revolutionärer, die noch aktiv sind in diesem Land. Wie können Sie die Leute sich mit diesem Mann verabschieden? Er ist eine Regierung! Das ist eine Lüge! Er ist nicht so! Peace, Asbel. Ich verstehe, warum sie mich so sehen würde. Die Leute dieser Nation endlich haben Hoffnung in ihre Leben. Aber das Wichtigste Wichtigste bedeutet nichts für diejenigen, die für die Macht haben. Sie sind nicht anders als die Regierung, die Sie verabschieden. Wenn das weitergeht, die Leute von Fendel in der Zeit verlieren werden. Wir kämpfen, um die Leute zu retten von der Oppression der Regierung. Ihre Freunde waren bereit, um dich zu sterben, um ein Ziel zu erreichen. Wenn die Revolution nicht so sein, wie es möglich sein wird, für die Leute? Sie verstehen nichts. Sie erinnern mich von Herrn Kanzler Eigen. Was? Ich liebte sie. Mal. Ihre Freunde denken, dass, wenn Sie mich angekommen sind, ich sie helfen würde. Aber wenn das nicht verabschiedet wurde, sie eine Mission zu retten auf Sie. Das ist nicht wichtig. Ich bin jetzt genauso tot, wie wenn ich es zu Ende war. Komm, Eigen! Ich verabschiede mich! Und sie sehen, wie ein wahrer Patriot ist die Todes. Ja! 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 Da wird dort nie im Leben Bad! Ja Scheiße! Also gut. Dann! Mal zum Büro! Wenn da nichts ist! Geh mal wieder raus! Wenn doch! Dann sehen wir... macht Sinn, oder? So lange Megleinlein veut' ich eigentlich gar nicht machen. Heute, ok... Zwanzig Minuten aber so. Ah! Ja! Da kann ich seit 2 명분 sein, oder? H история! Na ja! Da ist tatsächlich goals! Das war direkt abstauben. Hm. That goal looks to be within our grasp. I admit I had my share of concerns, but we really seem to have turned a corner. So why do you find this troubling? I'm a fighter, Hubert. I use steel and strength to get to where we are now. And now that there's peace, I... I don't know what to do. What the life of the Lord lacks in glory, it makes up for in mundane tasks. Perhaps you should devote yourself thusly. Hello. Can I come in? I have a question. What is it? I want to plant more seeds, but the garden's flower bed is full. So I was wondering, where can I make a new flower bed? Hm. I'm not sure. I suppose we could dig up the garden and start over. Is this urgent, Sophie? Why don't you just plant the seeds next year? Next year? But won't they wither? Seeds don't wither. If you store them right, they'll produce flowers no matter how much time has passed. Oh? Even after a hundred years? Sure. I've even heard of ancient lotus fruits sprouting flowers. That's amazing. I know. And besides, if you plant seeds all over, it's going to be hard to take care of them all. That's why you should just focus on the flowers you care about most. I see. Always protect the flowers blooming in front of you before all else. Got it? Got it? Those are some wise words coming from you. Oh, I don't know. Hey, wait a second. That's it? What's it? I don't need to sow any new seeds. I can just watch over the ones right here. Sounds like you have your answer, brother. Asbel planted seeds, too? In a way. Yeah. I see. I hope they turn into pretty flowers. Heh. Thanks, Sophie. Dad. I will try each day to watch over the things in front of me. I'm still young. And a poor excuse for a lord. But with your help, I know everything will be alright. Ja. Hoffnungsträger. Kommt noch einige gute Titel. Mitten in der Unglöser lebt sich eine neue Hoffnung. Göttlicher Obra. Mein Gott, wir bekommen jetzt noch die letzten Mystic Arts hier. Sehr schön. Genau so soll es sein. Alles klar. Dann, wo jetzt als nächstes. Ich hab noch ein paar Minuten. Als ich in Grailside war, da war irgendwie so ein Ding, so ein... Der Titel von einem Skit war in der Nacht im Gasthaus. Also, gucken wir mal. Ach ja, ich glaub, ich weiß. Ja. Ich hab noch ein paar Minuten. Wenn du fühlst, wir müssen uns in der Nähe. Das ist nicht eine schlechte Idee. Vielleicht sollten wir uns in der Inn heute Abend bleiben. Hey, alle. Ich habe uns nur eine Reservation in der Inn. Ein Considerant Gesture von Asbel? Sie muss sich über die Scheria. Was ist mit Scheria? Die Scheria hat sie verstanden. Und sie ist ein bisschen entschuldig. Was? Scheria, bist du okay? Ja, ich bin okay. Aber warum hast du eine Reservation? Because tomorrow is the annual Lake Grail Festival. I thought we could take a day and check it out. Hm. Well, that's fine. We wanted a room anyway. Yes. Let's go rest at the end. And let's thank my brother for being so incredibly attentive. Come on, it all worked out in the end, right? You're welcome. Hey, wait up. Okay, gehen wir zum Gasthaus. Mein Gott. Warte mal. Wenn ich mich nicht recht erinnere, dann habe ich hier noch irgendwas übersehen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ha! Das war also die, die mir gefährdet hat. Glocken der Glory. Blöde, wir bekommen jetzt hier keinen Skid, weil ich das wahrscheinlich schon viel früher entdecken sollte. Wenn ich irgendwie mal vorwarte als ich für viele Parts rüber gestolpert. So, jetzt gehen wir mal zum Gasthaus noch. Ah, 90 Minuten, mein Gott. Ja, komm. Mein Körper fühlt sich so schwer. Ich muss mich zu醉. Aber ich kann nicht nur aufzüchern. 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 Ja, komm. Hallo? Bitte, bist du mit der Relief-Organisation? Ja, ich bin. Du musst uns helfen. Wir machen Explosive, aber etwas falsch ist und... Oh, es ist schrecklich. Natürlich, ich komme sofort. Na, ob das so eine gute Idee ist? Ich habe zu helfen, mehr von den Wounded. Oh, ich denke, dass... Oh, Scheria, du bist überhaupt nicht gut. Du bist gut? Ich bin gut. Ich bin einfach ein bisschen schrecklich. Du bist aufgerüstet. Ich bin gut, wirklich. Du bist nicht gut, Scheria. Du musst dich schreien. Du bist gut? Kann ich dir etwas holen? Just... Keep holding meine Hand. Oh, ich bin sorry. Warum bist du schrecklich? Als wir Kinder waren, hast du immer mit mir, wenn ich krank bin. Ja, weil du schreitst und sagst mir, dass ich nicht verlassen kann. Ich habe das gemacht. Also, warum bist du mir vor kurzem schreitst? Oh, keine Angst. Es war nicht wichtig. Ich verstehe. Es ist witzig, wiederum zu sein. Es ist ein lange Zeit. In der Zeit, ich wollte nur gesund sein, damit ich mit dir behalten kann. Ich glaube, Sophie hat dein Geist gehalten, oder? Ja, sie hat. Und wenn das passiert, du rastst mir und nie wieder zurückkehst. Das ist nicht wahr. Ich war immer mit dir, Asbel. Und jetzt sehe ich, dass du immer mit mir bist. Um, ich glaube? Du bist ein bisschen wunderschön heute, Sheria. Das ist nicht so wie du. Vielleicht ist es die Fever-Talkung. Geh zu schlafen, okay? Wir werden stärker, duißt du? Und dann können wir auf der gleichen Zeit gehen. Wir können alles machen, wenn wir zusammenbleiben, Asbel. Wir können sogar Frieden bringen. Ich weiß, wir können dir zusammenbleiben. Schlauble. Ich werde. Danke, Asbel. Ausposaunen. Ich denke mal, ihr geht es jetzt wieder gut? Okay. Okay. Und sie hat bestimmt auch... Ja, mein Gott. Dann habe ich nicht nachgekommen, ganz ehrlich. So ein richtig geiler Zufall. So. Dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Wo wir hoffentlich mit der Story ein bisschen weitermachen, weil das sollte jetzt hier nur so ein kleiner Lückenfüller sein. Ich bedanke mich alle herzlich für's Zuschauen und sage Tschüss!